Und hier Vorsteller und Beinachleben. Hier wurde 24 Jahre gewonnen, 91 Kilogramm bei der Größe von 1,85 Meter. Er hat heute Abend seinen ersten EGB-Kampf. Er kommt von Piu Piu in seiner Nähe. Unser deutscher WFC-Kämpfer Dennis Siever. Hier wurde Wincy Kamea. Der Blaue Hänge, 27 Jahre alt, gewonnen, 85 Kilogramm bei der Größe von 1,78 Meter. Er beziehungsweise ein EGB-Kampf, den wir waren ja auch. Er kommt von Materas Fight-Team in seiner Geseitrede, der Mannetino-Mandera, die Blaue Hänge, Theodor Kehl. Wie gesagt, mein Name gehört auch dieser EGB-Kampf. Bis zum nächsten Mal. Wir haben heute noch ein paar Minuten, und wir können heute noch ein paar Minuten, und wir können heute noch ein paar Minuten. Rund 1, Rund 1, Rund 1! Rund 2, Rund 3! Stand by! We have to carry on, it's a draw нагgame. Gehebi Abwechsen Gehen Sie beingmukommen Nichts, sondern nicht. Er ist nicht. Was machen Sie? Was machen wir? Schau, schau, schau! Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.